So, jetzt ist es wieder weiter mit Horizon Zero Dawn. In der Zwischenzeit habe ich was gemacht. Ich bin nicht happy damit. Gut. Ich habe die Tode festgemacht. Und jetzt könnt ihr die hier oben sehen. Wir haben einmal Silvestrom. Und ich kann den Tremor so oft hochpacken, wie ich möchte. Um zu sehen, wie oft ich hierbei sterbe. Ja. Das eine Mal ist... Ist ein Dorf gelaufen. Bin ich in einer Herde reingeraten. Ich habe nicht gedacht, dass sie mit Pferdenkampf sich dran arbeiten werden. Haben aber leider ein bisschen Pferdenangriff gemacht. Hm. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin? Und das wiegen nicht. Ich werde mal den Kaderett vom Speer. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zur Ruine. Und gucken uns das mal an. Ich hoffe, dass ich da reinkomme. In der Ruine. Und nebenbei nehmen wir alles mit. Ist es der Ort? Jetzt ist die Frage, ist es der Ort, wo wir auch schon mal ein kleines Kind waren? Ich glaube, das ist der Ort, wo wir auch schon mal ein kleines Kind haben. Ich glaube, das ist der Ort. Nein. Hm. Schade. das hatten wir schon fertig das ist der ort aber sonst ist hier auch nichts ich hab hier noch was gesehen als kleines kind und wir konnten dann nicht lang weil die duren da so vorwärtskizze schattenzauber alles mitnimmt vorbereitung ist alles l1 ich habe aber da unten noch irgendwas gründes gesehen hier kamen wir gerade hier hier kamen wir hin da war ein eck mit den mit der geburtstagsparty mit dem hologram irgendwo war hier ich frage mich ob ich da reinkommen kann jetzt wo ich so energiezelle eine art energiezelle wozu die wohl gut ist alles alles gute hat ein ende textnachricht von direktor evis beschädigung ja drücke also ich rede mit der karte und entfällt schon auf eine bahn naja das ist die hauptmission oder was ja das will ich ja nicht will ja neben mission altes waffenlager ändert die an der verwendung wir wollen auch noch hier dinger machen alles hat ein ende von direktoren er was an alle mitarbeiter und mitarbeiterinnen leider muss ich ihnen mitteilen dass unsere schlimmsten befürchtungen wahr geworden sind die welches die wichita linie ist gefallen und unser position wird in wenigen als 24 stunden überrannt werden wie sie sicher verstehen werden stellt keinen transport zur verfügung es steht ihnen frei die anlage zu verlassen und ihre glück so fuß zu versuchen schleuser zwei wird um 21 uhr entriegelt und bleibt dann 15 minuten offen viel glück für diejenigen die unter uns die nicht auf der flucht sterben wollen findet um 22 eine versammlung im gemeinschaftsraum statt schwester ich möchte betonen wie stolz ich auf jeden einzigen personen bin die hier dienst gedient hat es ist wichtig daran zu denken dass unsere opfer nicht verbleicht sein wird ich hoffe das macht die sache etwas leichter seit monaten unterschreibe ich meinen nachrichten mit digitoren evers aber ich glaube jetzt können wir diese formeligen karten endlich bleiben lassen hochachtung voll allen so zurück maschinen plünderer läufer und wächter also eine rolle raubt hier der sich mit seiner gefälligen maul und last gut zur verteidigung weiß maschine erledigt kaninchen kampf andere und da kommt schutz rechter linse kühlflüssigkeit reichheitiges fleisch metall gefäß spezielle objekte energie ein akku der für einen militärischen holo schloss aus der mitte des 21 jahrhunderts unser gesundheitsstärkung um 150 ein trank aus tier ist zur erholung so haben wir das auch wenn man es wird mir noch weiterhelfen ja klar wie auch wir sind runter gesprungen da war ja hinterher auch noch was so viel zum thema leichtes gepäck was hier nicht so wirklich ja sonst ist hier nichts das war die alte ruine dann würde ich sagen wir gehen raus und wir haben alles was wir brauchen mehr können wir auch nicht einsammeln und wie ich gesagt habe wir brauchen eine größere taschen aber wo soll ich das reinpacken ich hätte ja wirklich nur leichtes gepäck dran so da lang so da haben wir das fertig das nehme ich für unterwegs mit ja äh 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 Fäule? Ah, Fäule, ok. Nein. Spur markieren. Das ist die Frage. Oh. Knochen. Haben wir hier noch? Die Steuerung. Manchmal nicht mal. Waschbär. Feindlicher. Fäule? Je tiens. Was ist das? Was ist das? Was war das? Linserläufer Linserläufer Rechterläufer Linserläufer Blendererlinse Hotfit Outfit Läuferlinse Rohstoff Linserläufer Wächter Linserläufer Sortierung ändern Schatz Drohnen Nichts Gutschein Linserläufer Linser 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 Irgendwas muss ich hier kaput ladder machen Teilband Lure Nichts so aber wir waren immer noch ob da Spur Spur aufhören ist da hinten was? hier endet Aranas Spur hier muss sie den Flinderer gesehen haben wenn ich seiner Spur folge müsste ich den Speer finden ach so, ok ich muss das liegen hmm ein Wildschwein oh, Holz die Spur endet hier der Stimme hat in den Fluss überquert ich sollte drüben nachsehen da ist nur die Frage wo ist er hingegangen? wo ist er hingegangen? so, schnell speichern wo bin ich jetzt hier eigentlich? da bin er ja wirklich oh, da oben ist was so jetzt hole ich mir den Speer oh, was ist blau was? hm das wird zu schwer ah Hähigkeiten ein Punkt nur wir müssen das unbedingt oder? das ist ja die natürlichen Ressourcen beim Sammeln brauchen wir nichts zur Leitung warte mal, warte mal was ist denn das denn? schau uns auf mehr na, da können wir vernichten was ist hier unten? was, verdammt ich glaube ich warte ähm, nee, aber ich wollte wir haben wieder ein Tal irgendwas kaputt gemacht äh, ist der Link so äh bam 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 hm, das ist die Frage ist es alpha 行 das ist schau uns jetzt wkraft und da aber ich habe ging ich Planning ich es ich habe Das war keine Warnung. Das war keine Warnung. Das war auch wieder einer. Das war keine Warnung. 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 wieso habe ich hier musik nein Das war's. Das ist die Frage, warum? Das ist die Frage, warum? Das ist die Frage, warum? Das kann man nochmal kaputt machen. Ich darf nicht mehr kämpfen. Schnee und Nebel, weiß wie Knochen. Hm, etwas düsterer Vergleich. Das ist die Frage, warum? Das ist die Frage, warum? Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Und eine Speerverstärkung. Verstärkung. Ah, Feuer. Hm. Ah, okay. Jetzt haben wir zwei Punkte. Die Version. Die Eisspule. Ja. Ja. Wir müssen irgendwie verkaufen. Aber ich will noch hier eine Mission machen. Ich will nicht zu der Hauptmission gehen. Ich will noch hier hingehen. Hm, das ist hier. Weil, dort, ähm, ist der Nächste. Also, es ist eine Neemission. Von der, das ist schon wichtig. Weil wir brauchen ja alle XP. Weil, wir wollen ja nicht die Story einfach durchknallen. Denn wir wollen ja auch alle helfen. Und alles einsammeln. Das ist deswegen. Aber, ich würde sagen, ich beende den Part genau hier. Also, ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, der Part ist kein Wort. Und Däumchen hoch. Und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Play. Ähm, im nächsten Tag geht es weiter. Und, äh, ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und ich noch nicht gemacht habt, dann, ähm, versucht mich einfach bei Twitch. Lasst mir einen Follower. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder leise. Und, und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, tschau, tschau. Bis dann, tschau. Bis dann, tschau. Bis dann, tschau.